Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir schauen uns Kriegs an. Alter, ich will nicht wieder einen falschen Namen sagen, sonst heißt es du Wichser. Dann gehen die Leute sofort auf mich los und sagen, du kannst nicht meinen Namen richtig aussprechen. Aber wir schauen uns Kriegs an. Ich sage jetzt einfach so, Modusjäger 2.0, ich habe den Track noch nicht gesehen. Fresh, warte, wann ist er rausgekommen? Erster, Sechster, also Fresh. Für mich persönlich ist das Fresh, drei Tage, Alter. Aber zuallererst, ihr müsst natürlich auf diesen Channel Humor mitbringen. Was war das? Da sage ich bestimmt schon 30.000 Mal etc. pp. Aber ich bin mal wirklich gespannt auf diesen Song. Ich habe schon oft von ihm was angeschaut. Der junge Mann kann ja was. Deswegen, lasst uns da was mal reinkloppen, Alter. Der gute Jägi. Habt ihr das Lachen gesehen? Heute gibt es Jägermeister. Was ist denn mit Kriegs passiert, Dicker? Der hat ja mehr Ringe um den Bauch als Nürburgring, Mann. Was ist da los? Dicker, so kenne ich dich gar nicht. Zu viel Döner gegessen? Dicker, der hat ja richtig zugelegt, Mann. Was los? Kommt die Patte jetzt in die Tasche her? Jetzt kann man sich was Feines gönnen. Ja, da wächst auf einmal der Bauch. Also wirklich, das ist nicht nur Massenphase. Das ist schon, ähm, Michelin-Phase. Aber trotz dessen hat der Junge einfach drauf, ja. Ja, die Musik ist geil, stimmig, alles passt, ja, der Junge, der flext einfach. Korrekt. Apropos, lieber Kriegs, falls du dieses Video siehst. Ich weiß nicht, vielleicht hab ich das auch nicht mitgekriegt. Aber nimmst du nicht an JPB dieses Jahr nicht teil? Gibt's da einen Grund? Hast du dich dazu geäußert? Wenn jemand das weiß, bitte unten in die Kommentare schreiben. Bitte. Ja, mein lieber Freund, wenn du weiter den Jäger reinschlüpfst, ja, dann wird der Körper noch mehr Masse bekommen, Digga. Aber ich feier dich, mach weiter. Also ohne Scheiß, ich hab den aber am Anfang gar nicht erkannt, ja. Da war ja so ein ganz kurzer Schnitt und, äh, der, also eigentlich will ich nicht auf den Körper eines Menschen rumhaken. Sorry, ich weiß nicht, was heute los ist. Ähm, Digga, egal. Fällt euch das so auch ein bisschen auf, dass irgendwie, entweder der Clip ist so nicht so vernünftig auf die Stimme draufgelegt oder er rappt zu langsam. Ich hab so das Gefühl, dass der Rap selber schneller ist als seine Bewegungen im Clip, also Mundbewegungen. Du bist kommst zur Vorschein, wenn die Straße spricht. Hast du das verstanden, was ich mein, sei vorsichtig. Denn da draußen ist es kalt, wenn du deine Worte brichst. Alleine für die Kette gehst du zu weit ran. Bleib loyal und ehrlich, stehe nur mein Mann. Du Gangster bist ein Natter und siehst pur ein Gramm. Also das hat jetzt alles wieder gepasst, ja, aber irgendwie davor, oder wo der so ein bisschen schneller rappt, irgendwie hab ich so das Gefühl gehabt, dass, dass der Song schneller war als seine Lippenbewegungen. Vielleicht ist mir das nur irgendwie, weiß nicht, vielleicht bin ich schon ein bisschen Baller, Baller. Boah, ist das ein Tattoo, Dicke? Ist das ein ganzes Tattoo hier oder ist das nur so angemalt? Kann man ja nie wissen, Mann. Ich feiere ihn. Guter Typ, macht gute Musik auf jeden Fall. Schaut bei ihm auf dem Kanal vorbei. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. See ya.